Das nächste Schlagmuster ist der sogenannte Pop Beat. Wir haben durchgängig Achtelnoten zu spielen und an zwei Stellen sogar kommen sogenannte Dead Notes ins Spiel. Die Dead Notes spiele ich ganz einfach, indem ich hier auf meiner Gitarre mit dem Plektrum und der ganzen Hand einfach auf die Saiten draufknalle. Dann haben wir hier so ein bisschen schepperiges Geräusch und das ist das Geräusch, was wir im Pop-Balladenschlagmuster gerne verwenden. Es ist am Anfang nicht so ganz einfach mit dem Schlagmuster dieses Ploppen hinzukriegen. Gerade wenn sich das bei dir so anhört, sind die Dead Notes noch nicht ganz richtig. Du guckst am besten, dass du einfach mit Anlauf, mit Schwung die Hand auf deine Saiten draufschmeißt und dann hast du einen richtig schönen schepperigen Snare-Sound. Das ist so ähnlich wie bei einem Schlagzeuger, diese Schepper-Trommel. Immer auf zwei und auf vier wird diese Snare-Trommel gespielt. Und wir machen das auf der Gitarre auch so, dass wir eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier spielen. Also immer auf zwei und auf vier kommt dieser Schepper-Ton, die sogenannten Dead Notes. Und dadurch haben wir ein sehr, sehr schönes Schlagmuster, was zum Beispiel bei Proud Mary von CCR zur Verwendung kommt. Oder bei sämtlichen anderen Popsongs auch. Also es ist mein typisches Pop-Beat-Schlagmuster. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen der Schlagmuster. Guck dir auch meine anderen Videos an auf meinem Kanal. Ich habe noch einen ganzen Haufen Lehrvideos erstellt. Und ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dein Georg Norberg. Tschüss. Und ich wünsche dir viel Spaß.